So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Gossip 2 Part Nr. 92 und ich habe jetzt den Ork gekillt, aber ich muss jetzt eine andere Rüstung anziehen, aber ich weiß nicht, welche soll ich die Piratenrüstung anziehen oder Ravensgar oder Milizrüstung, mittlere Banditenrüstung, eine Lederrüstung, ich glaube ich hatte die Piratenrüstung an. Ich teste, wenn er mich angreift, dann switche ich sofort um zu einem anderen. Ich glaube nicht, dass er mich angreift. Mir greift mich nicht an. Ich bin auf der Suche nach Steintafeln. Ich bin auf der Suche nach Steintafeln. Du hast nicht zufällig welche gefunden? Doch, aber die werde ich behalten. Sie sind das einzige, was es hier zu lesen gibt. Ich verstehe zwar noch nicht alles, aber einige der Texte kann ich mittlerweile entziffern. Genau, hier ist es. Und hier war ja, glaube ich, auch noch ein Scheiß-Ork-Schamane. Da war ja noch ein Schattenläufer. Wenn ich einen Eisblock-Gespruch-Roller hätte. Das ist so cool. Wo war doch dieser Scheiß? Oder habe ich den Schamane schon gekillt? Nee, der ist er doch. Oh nein, der hat mich gesehen. Da ist ein Appier. Das ist zwar hier Appieren. Kommt der Schamane jetzt da her? Ich glaube, der ist runtergefallen. Da ist nichts zu holen. Ich schreie nicht so, ey. Oh, die schreien aber rum, ey. Hätte ich da runter? Da ist nichts zu holen. Wenn ich Klick habe, ist der Schamane runtergesprungen, ey. Ich schreie nicht so, ey. Ja. Schön blöd, wenn man runterkommt, ne? Da ist noch einer. Nichts zu holen. Irgendwo war da noch einer. Naja, egal. Ich gucke nochmal. Der Ork-Schamane ist wirklich weg. Ja. Er ist wahrscheinlich runtergesprungen. Oh ja. Vor allem steht der jetzt um die E.K.A. Dunkelpilz. 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 Dahlkraut. Oder Fleisch. Blablabla. Schön. War ja nichts weiter, oder? Oder kann ich hier noch hoch? Gut, da kann ich noch hoch. Loll. Ist aber nichts weiter. Leider. Oh fuck. No. Oh Gott. Die sind nicht runterfallen hier. Wo gehe ich hier lang? Das ist doch niemals. Aber coole Aussicht hat man dann hier, ne? Jetzt muss ich hier irgendwie zusehen. Also ich will hier alle runterkommen. Oh. Oh. So. Oh scheiße. Ah, vielleicht. Darf ich den Sprung? Oh Gott ey. Wenn nicht, muss ich neu laden. Sorry, dann muss ich mal alle Tränke jetzt nehmen. Wo war ich jetzt? Wo war ich jetzt? Nein. Dein Ernst. Okay, Leute. Man sieht sich bis gleich, ne? So Leute. Willkommen zurück. Ich bin hier gerade mit im Kampf mit dem Schamanen, der vorhin verschwunden ist. Und er ist easy. Aua. Ich stehe hier auf dem Feuer. Geht. Wie gesagt er ja und stopp. Mhm. Ne. Nice. Schön. Nichts zu flüsteren. Hat sich ja mehr oder weniger doch gelohnt zu sterben. Ne, da hoch geh ich auf gar keinen Fall mehr, ja. Das ist... selbstmord des todes über über das und du einmal hoch oben bist kommst du nicht mehr runter du musst schieten alter geht das so was ist hier hinter einpflanzen mit muss meine stuppe wieder laufen lassen minute dazurechnen oder so keine ahnung mal gucken und ich gehe erstmal hoch sie habe noch mal killen die habe ich noch nicht gemacht bei dir sind der easy oder sind pilzer oh gott dieser schrei auf doom hast du keinen bock mehr alles rip ears darunter fallen dann bist du gefangen vielleicht komme ich sogar runter irgendwie durch eine höhle oder sowas ist auf jeden fall cool meinen sie zuerst ist bei der untergehen kann vielleicht täusche ich mich auch mal hier ab hier sind die untergefallen geil kein na komm wauw come ja Und tschüss. Nichts zu plündern. Da ist nichts zu holen. Nichts zu plündern. So. Gut, gehen wir weiter. Und ich hau mir mal einen Trank rein. Oder zwei. Speicher nicht vergessen. Zack. Gehen wir mal weiter hier. Da sind's. Mein Crawler. Hallo. Guck nicht. Sonst Kopf ab. Haben du auch. So. Nichts zu holen. Na die haben wir ja nicht zu. Ne. Gut. Erstmal die Umgebung looten. War noch so ne Sumpfrette. Und ein Kreuz. Cool. Auf ruck. Ah. Ich glaube ich habe etwas gefunden. Lederbeutel. Spruch heute. Alte Steindabel. Und hier liegt noch ein Lederbeutel. Nice. Gut. Gut. Dann. Ich würde mal sagen. Auf. In den Tempel rein. Ich glaube das ist nur mein Crawler. Auf jeden Fall. Sneaky. Cool. Hier. Komm. Ich speichere erstmal. Oh. Das sind so viele. Oh Gott. Ich bin erschrocken. Alter. Oh Gott. Es klopft mir Flumen. Das muss ich weg machen. Ich schalte sich aus zu sehen. Die Spruchrolle anwende. Oh. 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 So. Und speichern. Sonst geht's mir wie bei den Zombies, ey Tod, Alter So Da ist noch einer Ist nicht mehr Pilze Butterfleisch, Butterfleisch Blaue Steintafeln und Dietrich Ich hoffe, das ist jetzt dieser Tempel So, Pilz Was muss ich jetzt machen? Muss ich hier die Die Sage anbieten Oder hier das Hier Vielleicht auch hoch Nee, auch nicht Okay, Moment Mir werde ich den Geist des alten Kriegs Für das Korodon Erweckung Und ihn um Grat, bitte Dazu gab er mir ein Schriftstück Mit einer Zauberformel Die ich in An Korodons Grab Im Westen dort vorlesen soll Das ist er hier Die Stelle Wahrscheinlich Meine, wir sind Ja, Südwesten, ja, okay Ähm Ah Ah, 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 ah Der Troll Der Troll Habe ich ja ganz vergessen Gut, dann habe ich das jetzt auch schon mal Weg gemacht Aber ich musste diesen Fetten Troll Wo ich Zum ersten Mal Auf dieser Karte Die Harpia Getroffen habe Die Harpion Stimmt Dann ist es der hier nicht Aber ich habe das Gebiet schon mal Gesäubert Gut Ähm Problem ist jetzt Hier ist ein Schattenläufer Die Frage ist jetzt Kann ich diesen Schattenläufer Zu ihm hier schicken Problem ist, ich kriege dann die Erfahrungspunkte nicht Wenn ich Ich habe einen Eisblock Geh, geh, geh Auf geht's Engage Und jetzt Schmiert das Spiel ab Es ist zum Kotzen Es ist echt zum Kotzen Mit dem Spiel Naja Ich mache einen kurzen Cut Bis gleich So Willkommen zurück Ich habe aber eine Idee Ich stelle mich an Ja Und hoffe Keinen Schaden zu erleiden Komm her Komm Oh fuck Sofort speichern So Nice Habe ich das auch geschafft Habe ich ihn auch geschafft So Gut Ja Habe ich Die Sprüche Laufgespart Ist auf jeden Fall schon mal Schön Ähm Noch mal hier Altränke trinken Wo war jetzt Ich glaube hier war das Hier müsste es gewesen sein Ich fahre ich noch mal ab Ich möchte den Weg noch mal laufen So Da ist der Troll Auf geht's Ich schluck ihn her Weil da hinten sind Goblins Die stören meinen Mein Kampf Ja Komm her Ich will dich angreifen Ich schluck ihn her In meinem letzten Part auch schön gezeigt, den Troll. Und ich gebe ihn schön. Ich gebe ihm ordentlich hier. Noch einmal, noch einmal, noch einmal und tschüss. Rechts, 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 links, links. Nice. Bei Wasser. Da habe ich, glaube ich, Weihwasser gesehen. Äh. Kuchstein, achso, das ist das. Geweihtes Wasser, genau. Den träume ich auch noch looten. Vollfell. Trank trinken und... Was zur Frisse, Alter. Boah, was die dicke Pülze hier. So. Goblins. Kommt her. Ich zitter. Easy. Da ist nichts zu holen. Da ist noch ein Goblin. So. Hier muss es sein. Aber... Farbige Pilze, die ich nicht aufsammeln kann. Schön. Was ist das hier? Auf jeden Fall Ruhe. Links, rechts, rechts, links, rechts, rechts, links, 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 rechts, links, rechts, links, rechts. Also es ist easy hier. Also es ist easy hier. Truhen aufzuknacken. So, was ist hier? Ach, äh, Zombie. Da ist nichts zu holen. Boah, was ist das, ey? Alter. Boah, ich hab mal. Unküppels Oh, Alter Auf jeden Fall kein Typ, noch nicht Es kann ja passieren, dass die Leute, also die Leute, was sag ich hier Dass hier Skelette oder so spawnen, ey Das ist ein Schädelspicker Das war ein Schwert, aber Oh Alter, ich kenne Saut Guck jetzt Arglischer Bolzen Magische Armbrust Boah Wo ist jetzt die Spruch, oder? Das Land wird vor ein Erdbebenheim gesucht Nein, das will ich ja nicht wissen Also eigentlich schon, aber Gewähre mir Zugang zum Tempel Adanus Jemand ist in den Tempel Adanus eingedrungen Klingt plausibel, kann ich machen Jemand ist in den Tempel Adanus eingedrungen Unsinn Ich selbst habe das Tor verriegelt Es ist unmöglich zu passieren Tatsächlich? Hm Sind es nicht in den Tempel Adanus Irgendwann Gewähre mir Zugang zum Tempel Adanus Der Tempel bleibt verschlossen bis in alle Ewigkeit So wie es der Rat entschieden hat Was befindet sich im Tempel Adanus? Was befindet sich im Tempel Adanus? Mein größtes Leid Meine größte Enttäuschung Die gepriesene Weisheit der Ahnen ist gerade überwältigend Geradezu überwältigend Das Land wird mir okay Die gepriesene Weisheit der Ahnen ist geradezu überwältigend Ein Mann deines Standes spricht nicht so mit mir Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren Dass du nicht der bist, der du vorgibst zu sein Wenn du meiner Hilfe bedarfst Hast du mir erst Zeugnis über dich selbst abzulegen Beantworte meine Fragen Damit ich Gewissheit habe Ich kann einen Fremden zu offenbaren Okay, stell deine Fragen Stell deine Fragen Ich bin Quahodron Der alte Kriegsherr von Jakenda Du hast mich erweckt Ja, das stimmt Welche Kaste von Jakenda ist es, der du angehörst? Deiler, die Kriegerkaste, die Priester, die Totenwächter, die Gelehrten Oh Gott Warum nicht zwei Auswahlmöglichkeiten Scheiße Warte mal, das sind doch die fünf Sind die doch die fünf Zu den Äh, zu Bei den Herrenhäusern, genau Das würde ich Sagen Ähm Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Äh, die Gelehrten Die Gelehrten Das glaube ich dir nicht Ich denke, du kommst erst wieder Wenn du dich dazu entschließt, mir die Wahrheit zu sagen Hey, you Okay In dieser Stelle gespeitert Ich gehe jetzt erstmal weg So Kann ja noch die Harpion killen Upsa Geh hier hoch, Mann Geht nicht Boah Nichts zu Wir haben ja nichts Boah Das Geschrei geht mir auf dir Nerven Ey, ohne Scheiß Das ist richtig belastend Bis hier oben vielleicht noch was Upsa Jetzt rutsche ich wieder runter Bleib oben, verdammt Nochmal So Ich denke nicht Gut Das heißt Folgendes Dass ich jetzt Zurück gehe Wie gesagt Zu Satoras Ich denke, man kann noch ein bisschen überziehen, oder? Weiß es nicht Ich noch mal Warte mal wo Ähm Ach, hier geht es dann genau Aber die Map Habe ich eigentlich jetzt Zu 80% 90% Erkundet Würde ich jetzt mal sagen Mein Oder Mein Bin jetzt einmal durch So Ich gehe jetzt schnell zu Satoras Konos Und Hey Mixier eigentlich Ardanus Nicht mal sicher zu Mixier, ne? Wer ist das hier? Kronos Räderion Wobei Ne, ein Portal fehlt noch Dann habe ich noch nicht Alles erkundet Äh Ich habe mit Quahodron gesprochen Dann hast du ihn tatsächlich aus dem Reich der Toten erwecken können? Das ist unglaublich Ich bewundere diese Erbauer immer mehr Wer weiß, was sie noch zustande gebracht hätten Wenn sie heute noch existieren würden Toll Lehre mich die fremde Sprache Die Sprache der Bauern kennst du ja bereits Die Sprache der Krieger ist schon etwas schwieriger Texte, die in der Sprache der Krieger geschrieben wurden, handeln meistens von Waffen und dem Krieg Du wirst einige für dich nützliche Dinge dort erfahren Einmal Geh hin und erprobe dein neues Wissen Los Einmal geht Ab 21 reicht Gut, dann spreche ich nochmal mit Satoras Und dann gehe ich nochmal Ganz schnell Wieder Wenn das Dings Und ähm Ich Hey, you Wegen der Reliquien 800 Das sieht gut aus Wo hast du das gefunden? Diese Tafel fand ich in einem Gebäude im Süden Ah, eine Tafel der Totenwächter Sie waren es, die die Geister ihrer Verstorbenen beschworen Die Verbindung zu ihren Ahnen war bei den Erbauern sehr stark Ich fand diese Tafel in einem Bauwerk im Südwesten Der Tafel nachzuurteilen? Handelt es sich dabei um die Behausung der Priester dieser Stadt Der Name des obersten Priesters war Kardimom Wir wissen noch nicht viel über ihn Sehr gut Das Bild dieser Stadt wird schon klarer Aber wir wissen noch nicht genug Es müssen insgesamt fünf Steintafeln dieser Art hier in der Gegend versteckt sein Finde sie und bringe sie zu mir Ich glaube, das war jetzt der Schlüssel Hier hast du etwas Gold zu deiner Entlohnung Ich werde sehen, ob ich was finde Gut Beeil dich aber Jaja, schön Priester Ich guck mal, ob Priester geht Oh, Soundbuck Soundbuck, aha Sumpf Tal Da ist Tal Immer noch Soundbuck Gott Es ist jetzt dunkel und es regnet Ich probiere es jetzt mal mit dem Priester Weil hier ist ja der Tempel von Qua Kardiono Ach, keine Ahnung wie der heißt Oder wie er ausgesprochen wird Auf jeden Fall könnte es vielleicht sein, dass es sogar richtig ist Versuch's mal mit den Priestern Wenn nicht, dann vielleicht Totenwächter Aber es sind ja fünf Und da sind es fünf Fünfste Auswahl Deswegen denke ich, dass es Priester ist Welche Priester Die Priester Das glaube ich Ich denke, du kommst Stimme Welche Totenwächter Die Totenwächter Die Fähigkeiten Die Totenwächter Hätten es dir ermöglicht Mich zu erwecken Das ist wahr Wenn du wirklich der bist Der du vorgibst zu sein Wirst du alle meine Fragen beantworten können Bis auf eine Wer schützte einst das Volk von Jakendar Vor feindlichen Angriffen Oh, dein Ernst Kriegerkaster Die Priester Wer kann mir einen direkten Befehl erteilen? Oh, dein Ernst? Kriegerkaster? Die Kriegerkaster Wer ist schuld an dem Übel, das über uns gekommen ist? Okay, Totenwächter hatte ich Priester hatte ich Kriegerkaster hatte ich Dann nur noch Heiler und einen Gelehrten Die Gelehrten Wer hat das letzte Wort im Rat der Fünf? Der Heiler Die Heiler Wer lindert das Leid Und versorgt die Kranken? Oh, Scheiße Der ist ja Heiler Die Heiler Wer hat das Portal verschlossen, um die Welt vor dem Bösen zu schützen? Sind mehrere Antworten da? Was ist das für eine Scheiße, ey? Die Kriegerkaste Deine Antworten sind so falsch wie Ich werde dir nicht helfen Welche Kaste von Jakendá ist es, der du angehörst? Okay Leute Ähm Das muss ich jetzt leider nachgoogeln Ich hab keinen Bock hier ewig rumzustehen und die Fragen zu hören und was weiß ich Ähm Deswegen War ich das so Ich kann ja ihn immer noch fragen Äh, beziehungsweise Das wäre jetzt Nicht von Sinnen Vom Spiel Das ist Dass er verschwindet und ich kann ihn nicht mehr wiederberufen, wenn ich jetzt Beispiele Antworten stelle Deswegen werde ich hier ganz kurz nachgoogeln Ich hab grad gespeichert, egal Ähm Sowieso jetzt übergezogen fünf Minuten, denke ich Ist ja nicht so schlimm In diesem Sinne Danke fürs Zusehen Haut da rein Bis zum nächsten Mal Ciao